Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fühnen Sie wohl! Sie haben viel zu tun, ich habe viel zu tun. Darum machen wir es kurz. Ich würde sehr gerne mit Ihnen über die Paxversicherung sprechen. Paxversicherung? Ja, ja, Sie haben mich schon richtig verstanden. Hier rufen noch irgendwo ein Glöckchen. Obwohl wir nie weg gesehen sind! Sehen wir zu oft! Keine Angst, ich bin versichert. Für dieses kleine Malheur zwar genau nicht bei den Pax, denn wir von den Pax sind auf die Vorsorge fokussiert. Und nur auf die Vorsorge. Ein glückliches und gutes Leben ohne finanzielle Sorgen im Alter kann man nur geniessen, wenn man bei Zeiten mit unseren Vorsorgenlösungen angefangen hat. Gell, Ruedl? So fehlt es einem später noch nichts. Wie gesagt, sind wir exklusiv und nur auf die Vorsorge spezialisiert. Und zwar auf die private und die berufliche. Und damit es unseren Kunden später genauso gut geht wie dem Rudi, schauen wir vorne, sind aufmerksam! Und bieten so im Jetzt Lösungen, die wir Jahrzehnte verheben. Bei uns sind die Worte glaubwürdig und fair nicht nur eine leere Verkaufsflustel, sondern ehrliche Versprechen. Weil wir nicht für irgendwelche Aktionäre arbeiten, sondern für die Pax-Familie. Darum sind wir so solid. Bei uns ist jeder kundautomatisch ein Genossenschaften von der Genossenschaft Pax. Gell, Genosse Ruedl? Darum ist man als Pax-Versicherten automatisch an unserem Gewinn beteiligt. Wir sind Weissgott nicht die Grössten. Aber unsere Pläne sind gross. Wenn wir zusammen mit ihnen viel bewegen, werden wir die beste Vorsorgeversicherung der Schweiz. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Partner, der gerne mit Ihnen neue Wege geht. Einen, der nichts lieber sieht als Ihren Erfolg. Einen, der Ihre Sprache spricht. Einen, der Sie als Schweizer KMU versteht. Einen, wie wir. Wir spricht KMU. Gemeinschaft. Mehrwert. Bank. Wenn auch bei Ihnen einmal das Licht ausgeht. Selmoni. Ihr Elektriker. Auch für LED-Beleuchtungstechnik. Was habt ihr denn am Abend für Wetter hier oben? Was habt ihr denn am Abend für Wetter hier oben? Selmoni. Ihr Elektriker. Auch für Telefon- und Internetlösungen. Datenpaket vollständig angekommen. Reise gleich weiter im Lahn. Bitte lassen Sie mich ohr. Ich muss so ohr zu meinem Enger. Bitte, nach Ihnen. Bin erst am Ziel. Ende. Boah, was ins Lahn. Und was ist los? Das funktioniert nicht. Mit Verlaub, mein Herr. Sie wollen zum Empfänger. Ihn der aufmachen. Ich bin per Act in Orm. Dann sagen Sie mal. Fischers Fritz, Fischt, Frische Fische. Aha. Isches Ritz, Ischtrische. Ische? Ehlermeldung. Was mache ich alles? Ich werde es Ihnen zeigen. Aber zuerst sorgen wir dafür, dass Sie wieder anständig aussehen. Zurück zum Absender. Hallo, Ariati. Wenn Sie jetzt einen Absender bitten würden, Sie nochmal neu abzuschicken, dann könnten wir ja rasch wieder weg hier. Ein Obim. Ein Eichzeug. Fischers Fritz. Fehlermeldung. Aber wer garantiert mir, dass ich auch beim Empfänger noch F sagen kann? Wir reisen mit der und dem. Das wird uns beiden gut tun. Vertrauen Sie mir. Fantastisch. Was für ein Vergnügen. Das flutscht ja total. Flutschig. Wenn Sie Ihre Sprache vielleicht ein bisschen anpassen würden. Wir sind hier bei Eurund M, einem traditionsreichen Schweizer Familienunternehmen. Und was tun die hier? Fernsehen? Nein. Hinsehen. Eurund M produziert die Verbindungen, die wir passieren und prüft jedes Produkt, bevor es die Firma verlässt. Jedes einzelne. Dann werden die ja nie fertig. Natürlich. Die haben sogar Zeit, den Dämpfungswert auf den Strecke zu schreiben. Und was haben wir davon? Mehr Komfort auf der Reise. Nicht nur in der Glasfaser, sondern auch auf Kupfer. Wir produzieren und prüfen Sie die Katzex-A-Module. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Überprüfen die wirklich jedes einzelne Produkt? Die spinnen die Schweizer. Nur so kann Eurund M garantieren, dass Sie beim Empfänger noch ganze Sätze machen können. Finde ich vernünftig. Und wo ist das Werkzeug, um die Kabel zu verbinden? Hier. Die machen es den Installateuren aber leicht. Vielleicht ist die Reise deshalb so angenehm. Die sind ja gar nicht von R und M. Doch. Aber sie wurden den Bedürfnissen von Konten angepasst. Wie so vieles bei R und M. Und wie heißen die? Venus-Boxen. Venus? So wie der Planet. Ich glaub schon. Oder die Göttin der Liebe, des erholischen Verlangens und der Leidenschaft. Sind das wirklich Schweizer hier? Mhm. Die sind so locker. Tja. Nicht so locker wie Sie, mein Freund. Sie müssten Ihr Datenpaket ausliefern. Ver... Blüffend, dass Sie daran denken. Aber eigentlich gefällt's mir hier. Ah. Schön ist es hier. Mhm. Und so friedlich. Nette Leute. Und zuverlässige. Zuverlässiger als Sie. Müssen wir wirklich schon los? Alles hat einmal ein Ende. Und nun, die Pflicht ruft. Auf Wiedersehen. Wiedersehen und vielen Dank. Vielen. 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 Abelgleiter! Psst! Wenn Sie Ihre Sprache vielleicht etwas anpassen würden. Und das nächste Mal reisen Sie bitte mit R und M. Ist ja kein Einblick sowas. Oba! Also eigentlich sollte ich ja liefern, aber... Für einen kleinen Wellnessausflug ist immer Zeit. Sie werden sehen, danach fühlen Sie sich wie neu geboren. Euge Ohren? R und M! R und M! Er und M! R und M! R und M! R&M! R&M! Ich bitte Sie.